Also, wie hält man uns auf Traben? Man gibt uns eine Punica-Flasche und eine Ananas-Büchse? Ach nee, was ist das? Hühner-Nudeltropf. Genau, damit verschwinden wir jetzt im Zelt. Rick! Also okay, wir machen jetzt, du machst nochmal deine ganze Session durch. Wir machen ein Battle, ein Beatbox-Battle. Und du Stylist, du bist der? Azad. Und du bist der? Torf. Du bist der Torf. Azad gegen Torf und es geht los. Die nächste... No, no. Oh, okay. Es ist ein Battle. Es ist ein Battle, okay, der Asad ist dran, ist der Azzetoff, man, Azzetoff. Heiß, 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 das war die Azzetoff. Das ist die erste Runde und es geht gleich in die zweite, da sage ich nur, help me, bringt eure Hilfe. Okay, das letzte Einhorn, okay, alles klar, zweite Runde, ja, die Insider wissen, was ich meine, genau, es geht bei dir. Bim Bam Choi, Bim Bam Choi, aber, aber. Und jetzt ist das mal ein paar Beleidigungen mit einfließen. Heiß,叔叔, einfach. Du bist w Panzer? 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 F con ist brother. putz 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 Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss. Okay, auf dem Video. Okay, auf dem Video oder? Warte? Ah fuck! Ja komm sing dazu! Ja komm sing dazu! Ja man! Scheiße ich kann das gar nicht sagen! Fett ey! This is nice man! Also ich würd sagen, damit verenden wir die ganze Story oder? Ja cool! Sehr sehr geil! Hast du überhaupt angewiesen die ganze Zeit? Ja das muss aussehen um anzusehen! Ja das muss aussehen um anzusehen! Guck mal sprich mal rein! Dunkel ist sowieso mal geil! Jo! Ah yeah nice! Ey du warst aber echt ein würdiger Gegner! Keule! Warte mal jetzt wo ich auch noch einen! Ich will ja mal aufspritzen!